Im städtischen Krankenhaus Ankara werden täglich mehr als 20.000 Corona-Impfungen durchgeführt. Neuerdings sind darunter auch freiwillige Probanden, denen das türkische Serum Tukovac verabreicht wird. Ein Impfstoff, der von einem Forschungsteam in Ankara entwickelt wird. In Phase 3 der klinischen Studie, so Forschungsleiter Dr. Atesch, untersuche man gerade mögliche Nebenwirkungen und die Wirksamkeit des Präparats. Obwohl die klinische Phase erst drei bis vier Wochen läuft, haben wir jetzt schon 2000 freiwillige Teilnehmer. Es besteht große Nachfrage bei den Patienten, an der Studie zur Entwicklung von Tukovac teilzunehmen. Im nächsten Jahr, so hoffen die Forscher, werde der Totimpfstoff auf den Markt kommen. Über die Wirksamkeit wollen sie noch keine Aussagen machen. Bei nur 2000 Probanden verständlich. Etablierte Präparate wie BioNTech wurden vor ihrer Zulassung an mehreren 10.000 Probanden getestet. Und nicht jeder Freiwillige kommt in Frage. Ich wollte eigentlich heute den neuen Tukovac-Impfstoff probieren, aber die Ärzte sagen, das geht nicht, weil ich eine chronische Krankheit habe. Geimpft wird bislang mit dem weniger wirksamen chinesischen Sinovac und mit BioNTech. Für Staatspräsident Erdogan ist Tukovac eine Frage des nationalen Prestiges. Entsprechend hoch ist der Druck auf das Forscherteam, denn auch in der Türkei steigen die Infektionszahlen wieder an. In Istanbul liegt die 7-Tage-Inzidenz inzwischen bei 307, in anderen Provinzen auch nahe 500. Und das, obwohl nach offiziellen Angaben schon 80 Prozent der über 18-Jährigen zweimal geimpft sind. Zahlen, die Ärzte aber bezweifeln. Wir liegen tatsächlich eher bei 60 Prozent, die zweimal geimpft wurden, davon drei Millionen Bürger mit dem chinesischen Sinovac, der weniger wirksam gegen die neue Delta-Variante ist. Ein türkischer Impfstoff, so hofft die Regierung, werde das Vertrauen der Bürger in die Impfung erhöhen und auch Skeptiker möglicherweise umstimmen.